hallo lieber fisch das gute kommt zum schluss was das schicksal ist so soll es sich im kaffee wieder spielen über fisch du bist die in diesem monat dezember sehr offen für was neues die warme und herzigkeit die du ausstrahlte er kommt zu dir zurück du wirst einige fans im leben gewinnen sage ich mal so ist gute freunde oder auch wirklich fans die auf das auf mehr hinausgehen wollen also du findest öfters offene türen und ja lass einfach dein charme spielen über fisch ich wünsche alles liebe eine schöne weihnachtszeit